Der geht nicht, der geht nicht. Ha! Nice. Dann nehme ich ihn mal mit. Ich stehe bitte bereit. Ich mache ihn rein. Oh! 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 Hallöchen Leute! Und herzlich willkommen zu einer neuen Runde. Oder ganz anders gesagt, ein neues Let's Play Rocket League. Viele von euch haben sich das gewünscht. Und hier ist es. Mit dabei, der Chino2LP1. Ja. Hallo meine Freunde. Was war das denn? Das war ein Fail. Nein, ich meine dann IA. Ja, weil ich den so scheiße bekommen habe. Und er fast ins Tor gefallen ist. Oh wow. Aber den habe ich geplatzen lassen. Ja. Malen so, jetzt nach vorne. Ich komme gleich hinterher. Ja, der bringt ihn sogar für mich in die Mitte. Oh! Boah! Schön, abgewählt. Danke. Nice one. Hab ich? Ja, ich habe ja auch in meinem letzten Info-Video gesagt, dass ich Rocket League aufnehme. Das heißt, muss ich meinen Aufnahme-Bogufer machen, dass ihr euch nicht wundert. Der Eko hat mich kurzfristig gefragt, ob ich mit ihnen aufnehmen würde. Genau, darum ist der Link von seinem Kanal unten in der Videobeschreibung. Jedoch wird er diese Folge nicht hochladen können. Noch nicht. Aber es wird wahrscheinlich in Zukunft noch ein paar Projekte geben. Ansonsten kann ich euch nur unsere beiden Stream-Kanale empfehlen. Da streamen wir in unregelmäßigen, also ich jedenfalls, unregelmäßigen Zeitabständen Rocket League. Bitte da gerne vorbeischauen. Wie gesagt, Links unten in der Beschreibung. Bei mir ist es auch in dem Info-Video, wenn ihr auf Eko's YouTube-Kanal wollt, den habe ich da unten verlinkt. Dann müsst ihr einfach bei mir in ein Info-Video reingucken. Und ja, Twitch-Kanal und so kommt dann in meine Kanal-Info von Eko, wenn ihr dann da Lust habt, reinzuschauen. Hast du den? Hast du den? Vorlage? Vorlage? Nein, noch nicht. Ah, der kommt. Ach, ich treib hier nicht. So, können wir jetzt loslegen? Alle Infos? Oh, wir können loslegen. Oh, verdammt. Und dann versaue ich den gleich noch. Nein. Nein, 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 nein. Nein, da kommt Posten. Oh. Schön. Gut abgewehrt. Dankeschön. Oh, ich habe keinen Boost. Ah, ich habe auch keinen Boost. 35. Trotzdem halte ich ihn noch ein bisschen bei denen. Alter. Nice. Was? Ach, nein. Vorlage. Ich habe keinen Boost. Oh, Gott sei Dank bin ich zurück. Alles klar. Ich fliege. Und daneben. Nein, ich auch. Oh, schade. Na ja, sehr schade. Aber wir haben noch zwei Minuten. Das ist egal. Ich habe gerade mal einen Ausgleich von dem hier. Ja, das schaffen wir. Wow, der hat mich da sogar verfehlt. Nice. Den habe ich. Verbinden. Kannst du unseren Boost holen gehen? Ja, ich habe den jetzt als Anziehbar benutzt. Schade. Oh, sorry, Gino. Wart nicht. Gut abgewehrt. Danke. Der war nice. Oh, war das knapp. Jawohl. Oh, das war nice. Danke sehr. Wenn ihr noch weitere Folgen von Rocket League haben wollt, mit mir oder ich, äh, mit mir, dann macht ein Like hoch. Oder liked das Video. Genau, das wollte ich halt eben auch noch sagen. Das ist jetzt so ein kurzes Pilotprojekt. Darum wird es vorerst mal, sobald die Umständen, also, ja, der Umständen entsprechend, keine weitere Folge Rocket League geben, sondern es passiert irgendetwas. Ja, genau. Jedenfalls, kurze, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ihr noch mehr von Rocket League sehen wollt, schreibt es unten in den Kommentaren. Ich werde mir euer Wünsch jetzt jetzt verständlich zu Herzen nehmen. Boah. Einen richtig geilen Rocket League Partner habe ich ja jetzt. Ja. War lange auf der Suche. Das ist doch gut. Boah, nee, jetzt, oder? Boah, ich bin auch wieder zurück. Boah, verdammt. So, jetzt aber. Vorlage. Ah, fuck. Nein. Nein, 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 nein. Ach, das können wir noch auffallen. Das können wir noch auffallen. Da fahr ich dran vorbei, das gibt es doch nicht. So. Nein, das ist meins. Oh, schade. Ach, fuck. Zu hoch. Das gibt es doch nicht. Ach, schein. Gleich, sag. Joach, dat war's. Schade. Ah, ich wollte ihn einfach hochhören. Gigi. Ja, wie ihr seht, ich bin selber drei. Hab schon ein bisschen vorgespielt. Joach, und wir sehen uns gleich in der nächsten Runde. Bis gleich. Bis gleich. Hallöchen, und da sind wir wieder. Ja. Gleich mit einem riesen Auftakt. So. Nein, der kommt nicht so gut. Gott sei Dank. Hahaha. Hahaha. Wow. Gino, wo bist du? Ich bin hier. Alles klar. Ach, Mann. Dann schick ich ihn wieder vor. Lol. Er ist dann auch im letzten Moment dran gekommen. Er ist zu hoch. Was mache ich denn hier? Ich spiele... Wow. Wow. Nein. Ein Tor. Was war das denn? Nein. Ich habe ein Tor gemacht. Guter Schuss. Jetzt bitte das nächste Mal auf der anderen Seite. Ja. Auf jeden Fall. Ja, ich bin berüchtigt, dass ich die ganzen schönen Eintöre mache. Oh, schade. Oh, schade. Vorlage. Dann mache ich ihn. Selber. Wow. Ach, schade. Ne, ich war ja schon ein bisschen mit dir. Genau, macht er es genau den gleichen Fehler wie ich. Vorlage. Oh, schade. Ja. Ja. Und nochmal. Ja, Mann, geil. Nice. Das war sehr nice. Wow. Alles klar. Oh, 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 oh. Oh, schade. Schade. Das war so eine geile Vorlage. Ja. Oh, sorry. Schon gut. Aber komm zurück. Habe ich, aber vorgelegt. Zu hoch. Zu hoch. So schnell. Verplemper ich zu viel Zeit. Ja, ein bisschen. Aber jetzt geht er dafür rein. Oh, der geht rein. Yes. Nice. Sehr nice. Boah. Dann hat er noch fast rausgehauen. Ja, in Ordnung, wenn keiner von euch will. Super, dann übernehme ich ihn. Das ist sehr nice. Ich glaube, der eine ist Afka. Nee, ich denke, der wollte irgendwas anderes versuchen. Hat aber nicht damit gerechnet, dass sein Mate auch irgendwie noch Boost holen geht. Ach, ich hasse diese Bälle, die in der Ecke verspringen. Oh, nice. Chino, jetzt noch eine Vorlage. Ach. Oh, shit. Den habe ich denen jetzt vorgelegt. Toll. Naja, ich habe den noch. Schön. Das wäre ein Tor gewesen, hätte er ihn durchgelassen. Wow, 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 wow. Nee, der geht nicht so gut. Puh. Oh, sorry. Macht nichts. Oh, voll lange. Dann bin ich im Matrix-Style daneben geflogen, ey. Hätte wahrscheinlich nur so ein blöder Pixel gefehlt. Pixelbreite. Okay, ich gebe es zu, zwei Pixel. Oh, schade, jetzt bist du dran. Wow, nice. Nein, wieso kriege ich die Dinger nicht mehr hin? Bitte? Oh, fuck. Oh, das wäre so schön gewesen. Ja, der wäre wirklich sehr nice. Wow. Vorsicht. Und der geht rein. Nice. Aber wie ich den da bekommen habe. War eigentlich ein schöner Pass. Oh, me. Ah, schade. Ach, schade. Oh, ho, ho. Da wollte er mich noch ausplayen. Outplay. Oh, oh. Schade. Sorry, Gino. Kein Thema. Ab nach vorne mit der Pille. Oh, genau, jetzt habe ich keinen Boost. Ah, ich wollte ihn eigentlich noch mitgebringen. Nice. Nice. Gut. Ich würde sagen, ein kleines Ründchen hängen wir noch dran. Und neben mir, stay tuned. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Und Hallöchen und herzlich willkommen zurück. Und es geht gleich munter weiter. Wow. Mit dem habe ich es nicht gerechnet. Oh, gut. Er stand noch da. So. Hast du den? Ja, ich habe den. Ja, danke. Bring ihn mal in die Mitte. Ach, Mann. Ich dachte, der bringt ihn doch so gut in die Mitte. Ja, sorry. Ich meinte der Gegner, nicht du. Dass du den doch bekommst, meinte ich. Aber der hat nur so schwach in die Mitte. Ich habe ihn bekommen, aber schlecht. Das ist das Problem. Oh, wow. Wow. Good luck. Dein Wort in Gottes Ohr. Nein, 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 nein. Da komme ich früher, Reinhardt, du. Oh, wow. Jo, genau. Ich halte ihn. Wir stehen uns ein bisschen zu sehr auf die Füße. Ja, ein bisschen. Aber es geht. Oh, nice. Outplay. Ja. Mitte? Ah, schön, gut gemacht. Aber nein, 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 bevor du den reinmachst, mache ich ihn lieber selber rein. Ja, habe ich gesehen. Das Arsch. Das ist ein bisschen feige, finde ich. Aber es geht auch zum Spiel dazu, aber egal. Der geht nicht, der geht nicht. Ah, nice. Dann nehme ich ihn mal mit. Ich stehe mit dir bereit. Ich mache ihn rein. Oh. Oh. Vorzüglich, mein lieber Herr Schino. Ja, danke, Eko. Ich habe auch von dem Meister gelernt. Ach, danke fürs Schmeicheln, aber muss nicht sein. Oder hast du nicht mich gemeint? Äh, ich weiß es nicht. Vielleicht meinte ich dich ja nicht. Ja, ich weiß es nicht. Lass mal das lieber. Ich konzentriere mich, wenn ich das ausspricht. Ah, fuck. Alter. Klaut ihr mir einfach mein... Oh, shit. Lol. Und dann fährt er auch noch vorbei. Alle, hopp. Vorlage. Mach ihn rein. Yes, sir. Das war aber ein komischer Schuss, muss ich schon sagen. Ja, das war wirklich komisch. Das verdienten. Wow. Okay, und was auch immer. Das war für ein Anspiel. Na, da geht er nochmal ran. Den habe ich. Den habe ich. Und Vorlage. Oh, schade. Ich sollte mal aufhören, so viel schade zu sagen. Ach nein. Wuterschuss. Wuterschuss. Na komm. Machst du was oder machst du nichts? Dann mache ich halt den in Vorlage. Und du bist zu, Nathan. Ja, das war das Problem. Da kickt mich das Arschloch. Sorry für den Ausdruck. Weg. Macht auch nichts. Oh, oh. Ui. Hüi. Ich bin hier von der Pumping Ball. Entschuldige. Mach nichts. Leute, ich fühle mich immer bei Wocket League so als Pumping Ball. Missbraucht. Ja, so richtig ein bisschen missbraucht, aber. Oh. Seht ihr? Jetzt gerade. Vorlage, Vorlage. Nein, 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 nein. Und. Ich bringe die Mitte. Eigentlich wollte ich die Mitte bringen, aber es hat nicht so geklappt, wie ich es gedacht habe. Yes, sir. Juhu. Und die geben auf. Alles klar. Wenn die so wollen. Gut. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen nach oben wäre nicht schlecht. Und wie gesagt, wenn ihr noch mehr sehen wollt, schreibt es unten in die Kommentare. Ich würde mich sehr darüber freuen, über jede Antwort. Egal ob, nö, du spielst scheiße, mach nicht weiter. Oder doch, du spielst gut, mach weiter. Tja, das war es von mir. Tschaußen. Bis dann.